Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie gesagt, es ist so lange her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Hier im Wasser war auf jeden Fall auch irgendwas. Irgendwas war hier doch. Hier mal, jetzt können wir ins Wasser her. Okay, nein. Okay, auftauchen. Da hinten sehe ich auch einen. Ah, shit. Hier sind beide ums Wasser. Hilfe. Hilfe, was ist das denn? Hallo, auftauchen. Alter. Da ist ein Schatz, guck mal an. Wo ist das denn? Okay, also wieder rein. Runter. Ich will schwimmen. Da. Muss sein. Muss sein. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen, die ist alles anders. Aber naja, gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Na, gut, dann... Na, alter, alter! Ich glaube, es hackt, ey. Lesen. Nachricht an die Geächteten. Besteh Kirti nicht und die Wölfe lassen uns in Frieden. Leben und Land des Rabenclans gehören uns. Das wäre doch... Nicht ganz knusper. Okay, lass mal gucken, wie wir jetzt da hinkommen. Da ist die Quest. Ja, Sperrgebiet, ich weiß. Ja, wir gehen über die Eisschollen. Da ist was. Guck mal, wie für uns gemacht hier. Wie für uns gemacht. Oh, da unten. Ja, 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 ja. Da ist es. Ruhe plündern, hallo. Müssen wir uns beeilen. Puh. Puh. Ja. Okay. Oben ist ein Schatz. Ja, siehst du da leuchten? Okay, so war es nicht geplant, aber okay. Hallo? Nee. 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 Da wollte ich eigentlich hoch. Warte mal kurz. Vielleicht gehen wir den umständlichen Weg. Gut dran, alles voller Eis. Komm mal nicht lang. Aha. Guck an. Fuck. Guck an. Fuck. Fuck. Auch noch was. Aber manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig, hab ich das Gefühl. Alles klar. So. Den haben wir. Gleich meinen ersten Schatz mitgenommen. Kohlebarren. Why not? Gut. So. Lass mal kurz gucken auf die Karte. Da wollen wir jetzt als nächstes hin. Da ist dann das Schiff. Und da ist auf jeden Fall noch ein Schatz. Okay. Hallo, auftauchen. Komm immer. Ich denke immer mit B ist auftauchen. Dabei ist B tauchen. Dann versuchen wir mal unsere Besatzung zu retten. Ah, hier ist doch nix mehr. Ist da alles tot. Oh. Kleine Welfen. Die töte ich nicht. Welten töte ich nicht. Da ist ein Schatz. In 280 Meter. Rehe muss ich leider töten. Beziehungsweise Hirsche. Okay. Du hast genug Herstellung und deine Ausrüstungsgegenstände zu verbessern. Okay. Nice. Machen wir doch gleich mal. Hm. Verbessern. Mit bestimmten Materialien, die du in deiner Welt findest, kannst du deine Ausrüstung verbessern. Wird angezeigt, wenn du genug Materialien hast, um einen Ausrüstung zu verbessern. Okay. Köcher könnten wir verbessern. Höchst du die Anzahl an Pfeilen, die du Pobogen-Typ bei dir beitragen. Ein größer Mahlzeitenbeutel. Okay. Dann verbessern wir doch mal. Guck mal. Zwei Jagdpfeile, leichte Pfeile, Haupttierpfeile. Why not? Mit X. Mehr können wir grad nicht. Also fleißig Materialien sammeln. Guck mal. Tut mir leid. 150 Meter. Ich will mir den Schatz natürlich holen. Ist ja klar. Okay. Er läuft fast automatisch. Ich kann fast nichts machen. Du alter Hund. Du lebst. Ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah einen Öchwalzneser auf ein Schiff steigen und den Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen. Zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein. Ich nehm den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Schlacht um die Nordwege. Aber immer noch nicht. Rabenclan-Schild. Leichter Schild. Ausrüstung anlegen. Okay. Es gibt drei Hauptfelder für die Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und im möglichen eigenen Kampfstil. Haupthand. Waffen, die versuchen den größten Teil des Schadens. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde. Okay. Dual Warp-Meet. Fernkampfangriffe. Alles klar. Da haben wir ja nicht wirklich was. Aber wir legen mal das Schild in der... Äh... Nebenhand an. Mehr haben wir noch nicht. Aber ich will dieses... Okay. Das ist auch in der Nähe hier, das... Zeugs. Okay. Dann rufen wir mal den Raben. Was siehst du da oben, Sönen? Auf einen pulsierenden... Da. Ah. Okay. Darüber. So, warte mal ganz kurz. Ich muss noch was nachlesen. Codex. Mh... Odins. Schwimmen. Parcours. Okay. Okay. Welt und Aktivitäten. Erkundung. Fotomodus. Okay. Alles klar. Dann gucken wir mal. Ich denke, wir werden sowieso entdeckt werden. Ich kenne mich doch. Also durchs Nordtor gehen wir nicht. Die werden sofort angreifen. Mhm. Natürlich werden die sofort angreifen. Würde ich auch machen. Da ist das Tor. Vielleicht können wir von der Seite aus ran. Wir schauen mal. Okay. Okay, das ist nicht... Was ist denn jetzt wieder los? Wo ist der Schatz? Der Schatz interessiert mich. Kommen wir hier hin? Mhm. Irgendwie hier hochkommen. Den da ausschalten. Hm? Okay, Kampfmusik. Weg mit dem. Erstmal verstecken. Okay, den haben wir jetzt doch. Den einen haben wir erledigt. Schön nacheinander ausräuchern. Dann sind wir drin. Silber, wieder ein Holzbein. Dann läuft einer. Eins, zwei, drei sehe ich. Schloss zerstören. Okay, nee, wollen wir ja gar nicht. Ist das der Schatz? Cool. War so nicht geplant, aber okay. Sollen wir rechts sein? Durchs Fenster rein. Warum nicht? Oha. Wünschte ich könnte schon die Fähigkeiten machen. Warte mal, haben wir irgendwie die Möglichkeit Fähigkeiten zu setzen? Inventar, Fertigkeiten. Ja, schön. Und... Ja. Ich würde gerne... Geht wohl noch nicht. Shop. 200 Helix? 200 Helix? Nee, das wollen wir nicht. Ja, ist er gut. Ey, hallo. Oh. Shit. Hm. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Wir müssen erstmal weg hier. Erstmal weg. Da oben. Headshot. Nicht optimal. Aber egal. Ich will die Punkte haben. Ich will Action. Und solange ich die Fähigkeiten noch nicht habe hier... Großartig. Hö. Da ist einer. Hier ist keiner. Was ist das hier? Pfeile? Okay. Okay. Wir gehen ja gleich durchs Dach rein. Kein Problem. Aber ich will erstmal hier raus... ...plündern. Oh, da hinten ist noch was. Schicksal. Lass dich vom Schicksal leiten. Alle Nichtverbrauchten werden automatisch verteilt. Also das kann jetzt nur... Aha. Kann ich nicht. Was ist das hier? Schleichen. Schleichangriffsschaden. Nahkampf. Nahkampf. Waffen... Fernkampfschaden. Gesundheit. Geht nicht. Null Fertigkeitspunkte. Okay. Wir sind noch nicht so weit. Hier irgendwas. Ja, okay. Okay. Ich seh's. Okay. Kein Problem. Zwei Stück. Gehen wir erstmal hier rein. Okay. Ah. Daraus ist ja noch eine ganze Menge. Eine ganze Horde. What the guy. Ah. Daraus ist ja noch eine ganze Menge. So. Schade, dass man das der Brunnen nicht... Da hängt ein Skelett. Hm. Ich übersehe bestimmt wieder einige Sachen. Wir sind aber alle draußen. Wir sind aber alle draußen. Was so gesehen nicht schlecht ist. Was? Hm. Da sind auch noch mehr. Ja. Ich würde schon gerne wegholen. Ich muss es nicht. Aber ich könnte. Ich könnte. Definitiv. Soll ich? Ach komm. Ich brauche Action. Papa brauche Action. Okay. Dann können wir nicht. Dann gehen wir halt über den Turm. Ach. Ach. Macht nix. Autschi. Eine ganze Menge. Näher. Wo denn? Ich seh's nicht. Das ist mir. Alles leid. Ah. Hier. Sterf. Bäm. Ich mach sie alle kaputt. Headshot. Headshot. Da ist nur einer. Wache. Ist. Blutig. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Bitte. Das Lager ist abgegelnd und verdient sicher. Aber das Dach ist schwach. Kvjoti wird wütend, wenn Regen seine Waren beschädigt. Rekulv. Mhm. Irgendwas hier. Ansonsten sehe ich nix. Gibt so aus, als ob wir alles weggepustet hätten. Halt. Pfff. 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 Jetzt gehen wir durchs Dach rein. Er hat nix. Nix. Da haben wir gut alles weggeholzt hier. Ah, da drüben. Ab aufs Dach. Eivor, du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat kark und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla. Wir müssen ein Königreich erobern. Wir müssen ein Königreich erobern. Und das ist die Abenteuer. Wir müssen ein Königreich erobern. Wir müssen ein Königreich erobern. Geist! Ja! Vielen Dank.